Herzlich willkommen zu Uni im BILD am Dienstag, dem 26. Juli 2022. Sommer. Ruhe ist am Campus eingekehrt. Dennoch sind noch viele dabei, die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters abzuschließen. Wir nehmen dies zum Anlass, um kritisch auf den Hochschulalltag zu schauen, und zwar klassismuskritisch. Was bedeutet Klassismus? Klassismus ist die Benachteiligung oder Diskriminierung einer Person aufgrund eines vermuteten oder wirklichen sozialen Status. Es geht also um die unterschiedliche Behandlung von Personen aufgrund ihrer sozioökonomischen Stellung in unserer Gesellschaft, aufgrund ihrer finanziellen oder sozialen Situation. Besonders Studierende, die als erste in ihrer Familie eine Universität besuchen, kämpfen mit Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten. Studieren kann deutlich aufwendiger für sie sein, da sie sich erst im akademischen Umfeld zurechtfinden müssen. Klassismus ist eine wenig beachtete und diskutierte Form der Ungerechtigkeit. Dies gilt es zu ändern. Daher ist Außenreporterin Kim Chi Horenzo heute am Campus unterwegs, um Studierende und Mitarbeitende zu ihren Erlebnissen und Erfahrungen zu befragen. Gibt es Klassismus an unserer Hochschule Kim Chi Horenzo? Ja, es gibt Klassismus an unserer Hochschule. Danke, Ali Köpler, ins Studio für die kurze Erklärung der Diskriminierungsformen, Klassismus und die Schilderung möglicher Folgen, die Klassismus für Studierende und Mitarbeitende haben kann. Er ist ein Problem. Die meisten an der Hochschule wissen darüber zu wenig. Ich habe mich dementsprechend mit Studierenden und Mitarbeitenden unterhalten und mich mit ihnen über ihre Erfahrungen ausgetauscht. Wie fühlst du dich, wenn du an der Universität über deine soziale und finanzielle Lebenssituation sprichst? Heutzutage ist mir das eigentlich schon egal, aber früher habe ich mir schwer getan, darüber zu reden, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme. Es war halt so, dass wir früher immer wieder schwierige finanzielle Zeiten gehabt haben. Es war nicht immer Geld da. Und wir haben halt auch nur eine kleine Wohnung gehabt und meine Freunde haben alle ein großes Haus gehabt. Da hat man als Kind halt irgendwie Angst, dass man ausgegrenzt wird, weil man anders ist und dass man keine Freunde findet. Ja, das hat sich im Studium dann halt nicht geändert und da habe ich auch Angst gehabt, dass sich das nicht legt. Aber es ist mittlerweile okay, aber es war zu Anfang schon schwer. Es geht so. Ich habe halt nie wirklich gelernt, über mich oder meine Bedürfnisse zu sprechen oder den in den Mittelpunkt zu stellen, geschweige denn von irgendjemandem etwas zu fordern. Und deshalb so wirklich wohl fühle ich mich nicht, wenn ich mit anderen darüber spreche. Es macht mich auch wütend, dass dieses Unwohlsein, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Tabu. Wütend bin ich außerdem auf meine Eltern, weil ich immer denke, es gibt so viele Chancen, die ich eigentlich nicht gehabt habe. Chancen, meine Lebensperspektiven vielleicht umzusetzen. Und wenn ich dann darüber denke, was ich mit anderen Startbedingungen oder Voraussetzungen hätte werden können oder machen können, vielleicht sogar studieren. In welchen Situationen hattest du den Eindruck, dass zwischen dir und anderen ein Unterschied gemacht wurde? Dass du mit anderen Augen gesehen wurdest und anders behandelt wurdest als andere? Ja, also ich habe immer geglaubt, die Uni ist frei von Vorurteilen. Aber in Gesprächen mit Freundinnen und Studienkolleginnen taucht dann doch immer wieder die Frage nach der Studiendauer auf. Und wenn man dann sagt, man ist im 10. und 11. Semester, dann ist man relativ rasch als Langzeitstudierende abgestempelt. Dabei ist es gar nicht so einfach zu studieren und gleichzeitig noch 20 bis 30 Stunden zu arbeiten. Also da ist mir der Unterschied schon sehr stark aufgefallen. Ja, also ich merke schon einen Unterschied zu daheim, dass die Uni schon ganz anders ist. Ein konkretes Beispiel, wo ich das merke, ist zum Beispiel mein Humor. Also ich lache halt über Dinge, wo Leute hier sagen, das ist politisch unkorrekt und wo ich auch merke, dass sie halt irgendwie Schwierigkeiten damit haben. Und da merke ich dann schon, dass ich mich oft ein bisschen anders fühle. An welche Situationen im Studienalltag kannst du dich noch besonders gut erinnern? In denen es dir nicht so gut gegangen ist, die eine Herausforderung für dich waren? Also in einigen Lehrveranstaltungen habe ich mich ziemlich unwohl gefühlt und einfach nur gehofft, dass ich nichts sagen muss und nichts gefragt werde. Da waren die Lehrenden irgendwie komisch und distanziert und haben mir das Gefühl gegeben, dass ich sowieso nichts beitragen kann und auch keine Fragen richtig beantworten kann. Und das demotiviert dann natürlich langfristig. In anderen Lehrveranstaltungen war es aber viel besser. Da haben die Lehrenden eine positive Grundstimmung geschaffen. Und ich hatte das Gefühl, dass die unterschiedlichen Meinungen der Studierenden respektiert werden und Wortmeldungen auch wirklich willkommen und erwünscht sind. Da arbeitet man natürlich gerne mit. Und das waren dann auch die Kurse, wo ich am meisten gelernt und mitgenommen habe. In welchen Lebenssituationen hattest du den Eindruck, dass ein Unterschied zwischen dir und anderen gemacht wird? Dass du anders bewertet und beurteilt wurdest? Also ich finde eigentlich generell so, dass die Herkunft einen großen Unterschied macht. Schon allein, was die Sprache angeht. Aber auch beim Durchblicken bei den ganzen bürokratischen Sachen und bei den Prozedere, was man da machen muss. Aber auch bei den impliziten Regeln kommt mir vor, also schon, wenn du darüber nachdenkst, wie, was sollst du das anziehen, wenn du irgendeine Prüfung machst auf der Uni? Oder wie schreibt man eigentlich die Profs an, auf die richtige Art und Weise sozusagen? Und ich finde das teilweise schon, ich habe das schon ziemlich frustrierend gefunden, auch wenn man versucht, mit anderen Leuten darüber zu quatschen. Vor allem mit denen, die so einen akademischen Background haben. Es ist irgendwie generell schwierig, mit anderen Leuten über Klassen und Klassismus zu reden. Weil die meisten, kommt mir vor, sich ihre Privilegien nicht so wirklich bewusst sind. Und dann denken sie eh, dass jeder gleich behandelt wird auf der Uni und dass jeder die gleichen Chancen hat. Aber ich habe schon so vieles nicht gewusst und bin deswegen dann kritisiert worden und negativ beurteilt. Ich fasse zusammen. Es ist für viele schwierig, über ihre soziale Herkunft zu sprechen, da es diesbezüglich viele Vorurteile gibt. Diese Vorurteile führen gerade an der Hochschule dazu, dass Studierende und Mitarbeitende unterschiedlich bewertet werden. Dass sie abgewertet werden. Wer nicht die erwarteten Leistungen erbringt oder etwas nicht weiß, wird abgestempelt als Langzeitstudentin. Als faul, unfähig oder ungeeignet. Dabei ist eines klar. Studierende starten mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ins Studium. Voraussetzungen im Sinne von Wissen, Netzwerken, Erfahrungen und Zielen. Werden jedoch alle über einen Kamm geschert, wie man so sagt, ist es mit dem Klassismus oft nicht weit. Um also die Eingangsfrage zu beantworten, ja, auch an unserer Hochschule gibt es Klassismus. Und mit dieser ernüchternden Erkenntnis gebe ich zurück ins Innenstudio, zu Ali Körbler. Herzlichen Dank, Kim Chi Horenzo, für diese eindrücklichen Schilderungen vom Campus. Es stellt sich nun die Frage, was an einer Hochschule getan werden kann, um Klassismus zu thematisieren und abzubauen. Dafür werde ich morgen mit Expertin Iris Mink vom Institut für Bildungssoziologie und Didaktik sprechen. Ich verabschiede mich bei unserem Publikum und freue mich, wenn Sie morgen wieder zuschalten. Ich verabschiede mich bei unserem Publikum und freue mich, wenn Sie morgen wieder zuschalten.